Ich muss die Grafik untersetzen. Warte, warte. Grafik untersetzen. Dreck mal. Was? Und trotzdem? Das ist doch noch akzeptabel, ey. Warum? Warum? Guck ich denn die Scheiße? BPS? BPS? So. Jetzt hacke ich das noch mehr, weil ich das höher gesetzt habe statt drunter. Wieso kommt da immer ein beschissener... Boah, wieso braucht denn der so viel? Weißt du, manche brauchen zwei Schläge und der braucht einfach ein paar. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ja, leb einfach mal alle noch. Boah. Alter, dieses Bild gerucken, ne? Ja. 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 Ne. Dieser Pisser. Warum? Verpiss dich. Oh, alter. Ja. Kannst du jetzt eintreten oder so? Ja, was denn? Das geht. Geht das hier? Normalerweise müsste es gehen. Ja. Oh, Mann. Welches Signal? Was haben wir hier? Soll ich da hin? Ich hoffe, er hat gesaved. Der Shark. Aber was ist da erwartet? Also im Einschaden her hat das nie, dass das da welche sind. Kann man hier rein? Ne. Schade. Wie kommen wir denn da rein? Hier. Vielleicht, warte. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ich glaube es aber nicht. Hör auf zu rucken. Ach nö, da ist einer mit... Ja. Ey, du bist doch ein kleiner beschissener Arsch. Ach nö, du bist doch ein kleiner beschissener Arsch. Ich glaube ich jetzt Hilfe. Boah. Der macht doch mal was. Ich muss die Bombe entschärfen. Achso. Mach mal schnell. Wahrscheinlich mit dem Ding. Scharlatan. Und fertig. Ach puh. Alter, was ist das denn hier alles? Halte weiter nach den Bombenausschauern. Ich rette die restlichen Geiseln. Ich melde mich, wenn ich was fände. Voll übertrieben. So, den müssen wir jetzt hin. Mann, das ist der erste. Du durften mir aber bestimmen. Hu. Alter, dieses Ruckeln macht immer. Da muss ich wieder nochmal was. Achso. Muss er da sein. Ist ja aber trotzdem noch krass. aus. Ach nö. Das. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Der am riesen Gott. Das halb zerfetzt ist. Den hole ich mir so noch. Der ist jetzt dran. Oh. Mach mal schneller. Ich sollte das Gebiet sichern, bevor ich die Geiseln vom Riesenrad runterkriege. Oh. Ja. Ja. Da hin. Ich guck erstmal, wie viel sind denn hier. Vier. Da hin. Na ja. Ich kann grad geräuschlos ausschalten. Scheiße. Nein, er kann nicht schreien. Was ist das? Hey. Na ja, sie sind verwaffnet, ne? Das war dumm. Mann. Hauf zurück hin, Alter! Oh, ich hab das gar nicht gesehen, wie der getriebt wird. Hä? Da stand doch Gleittritt, ich schwör's, da stand Gleittritt. Du bist ein Tag, ich bewundere Stattung. Nein. Sexy Frau, ne? Schon so, ne? Wer kommt jetzt? Was, der geht selbst, weil sie zuerst rüst ist. Das weiß ich, dass du mehr als sie gedacht hattest. Wow. Das weiß ich, wie der Hase läuft, Bad Girl. Das ist für euch. Bäm, Alter. Voll. Headshot. Gegeben. Hm. Achso. Zieh die Bremse. Weil jetzt sonst gefährlich sein könnte. Achso. Oh. Ach, nein. Ach, du Scheiße. Nein, du bist bescheuert. Ah, ja. Oh, das ist geöffnet. Wofür kann man denn den Zustand hier verstecken, damit das... Ah, warte. Ah. Scheiße. Ah, und da sind die Gitter. Mhm. Was lässt einen Mann zum Bad Man werden? Was lässt ein Baby in the Bad Girl werden? Das müssen wir zu gerne wissen. Da kann ich mal so nicht mehr so gut sein. Hast du das gehört? Das wird verschreiten. Da musst du splittert an Knochen und verschmettert an Gliedmaßen. Wehrer Masken. Hehehe. Bei dem ist es spät. Hehehehehe Da kommen sie, pass auf Und wir können jetzt hängen jetzt, komm Zack Oh Hey Was geht doch Alter So So Ist doof, dass man da nicht hingehen kann Das ist ein salutär Ne Du kleiner Wichser Alter Wie Genau Nein Was macht die Hehehe Hehehe Das ist schon tot, okay Jetzt die Seite Wer ist noch übrig Zwei Ist da einer in dem Ist das der Polizist Ja, es ist krank Und die alle auf der Seite sterben oder was Na ja Okay Machen wir jetzt umgekehrtes Ding, ne Komm her, komm her Noch ein Stück Noch ein Stückchen So Dankeschön Gleittritt Zack Das waren alle neun Ich muss das Riesenrad mit dem Terminal einsteigen Und wie Aber irgendwie geht die Tastatur nicht bei mir, keine Ahnung was da wieder los ist Achso, wieder per Hand, okay Okay Ah, und jetzt Kein Code Ah, man kann das ja selber Wo ist denn der Polizist, warte Kann man... Ah, okay Noch ein Stück Achso, da ist er So Aua, der Arme, Alter Vielleicht schon übergeben Der müsste eigentlich... Ja klar Der müsste voller Maß sein, ey Achso, es gibt noch mehr Ja, da hinten ist er Ja, da hinten ist er Oh Wo ist Patsch Wie sich selbst hier verschliesst, ja Da waren glaube ich alle So Der Riesenrad wäre auch abgeschlossen Was ist denn? Ich bin unterwegs zu dir Da haben sie eigentlich alle drei Dinger abgehackt, ne Aber... Was jetzt? Wo? Au, die geht auf Zeit Scheiße Hallo Kumpanen Kumpanen Zu... Zu... Nein Noch einer Der hat's wohl noch nicht gewusst, ne Wie sich einfach aufgeben war Woll ich mal gerade kurz dazu sagen Schnell, schnell, schnell Hier rein in den Fischkopf Ha, keine Zeit dafür Hier Ich muss die Bombe entschärfen Warum hast du denn das da ausgerüstet? Bist du blöd? Oh oh Boah Boah, auf die Sekunde, Alter Boah Ach nö, kein Heiler Ja Eigentlich habe ich Hilfe Robin, das ist zu dicht Aua Aua Was macht's Robin? Achso, das ist Robin Woll ich schon sagen, Alter Was macht denn Robin da? Boah, die Musik ist geil, wa? Woll ich schon sagen Ah, kacke Und... BÄM So So Der Joker? Möglich Lass mich wissen, was du findest Mach ich Wir jetzt einfach auf die Sekunde Fertig hatten Warte, jetzt kann ich das machen So Ich bin schon wieder hier Schon wieder hier Achso, jetzt auf dem Was, wenn ich dir sage, wer Batman ist? Wird's leichter machen, ihn zu töten, weh? Hä? Hä? Wie ist das Kampfmusik sofort? Drück mal da rauf, ne? Cool, ein Kran Wie ist das? Wie ist das? Oh Ah, so kommen da rein Schade, ich wollte eigentlich schon ein paar mitnehmen, aber schon da kommen keine draus Wie viele sind denn noch da? Sechzehn Ich will aber nicht spiel Wir müssen gar nicht die töten, oder? Was ist passiert? Ist wohl runtergefallen Aber wie? Wollt so Sonst Sonst Sonst